Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breath Edge. So, dann machen wir ja das mal, was wir gesagt bekommen haben, was mein Moped, da. Und zwar gehen wir da rüber, wo das Fragezeichen ist und halten uns gar nicht lange irgendwo auf. Dann frage ich mich, muss es ja noch irgendwo... Muss es ja noch ein... Ja, komm. Wie heißt das? Ein Raumanzug geben, oder? Was sagte ich? Halten wir uns nicht auf? Ja. Gleich ein bisschen. Särge müssen geöffnet werden. Muss er nicht wegschießen. Leer. War ja klar. Okay. Sag nö. So, was haben wir denn hier? Wir haben mal Luft. Okay. Okay. Was? Ach, hier. Scannen. Warte. Scanner, 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 scanner. Da hin. Was ist das? Zwei von vier. Super. Wollen wir hier noch Schönes? Reparieren. Reparativ... Repar... Repar... Reparaturwerkzeug. Mann, warum ist das so schwer? Ich bin doch zu dumm. So. Wo ist er? Was wollte ich nicht? Was wollte ich nicht? Jetzt habe ich es... Habe ich es genommen? Sauerstoff auffüllen. Ähm... Ich komme hier... Hier einfach Sauerstoff auffüllen, ja? Das ist ja perfekt. Das ist ja super perfekt. Moped. Nein. Nicht reparieren. Muss ich das aus der Hand legen? Kann ich mein Moped nicht benutzen? Äh... Da hin, ne? Dann schauen wir mal, was er da von uns will. Mann, das ist ja riesig hier. Oben war nochmal Luft. So. Okay. Absitzen. Repariere die Luftschleusse. Scannen. Neu Baum... Baukasten. Ja. Konstruieren. Abroller benötigt. Jetzt geht's rund. Abroller. Konstruieren. Stuhle ist nicht ausgewählt. Äh... Rohr. Stuhle. Öcke. Eine Luftschleuse. Bumm. Sauerstoff. Aluminium und Titan brauche ich dazu. Ja, super. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Aluminium und Titan. Find ich das hier? Bäh. Zuerst Luft holen. Zuerst Luft holen. Aluminium werde ich hier drin nicht finden. So. Glaub's nicht. Hier drin war gar nichts mehr. Außer Luft nichts gewesen. Kann ich denn hier pinkeln? Äh... Ne. Im Weltraum soll man nicht pinkeln. Hat die Beschreibung gesagt. So. Aluminium und Titan. Titan. Titan fliegt hier bestimmt rum. Nicht? Das? Das ist kein Titan. Das ist kein Titan. Kein Titan. Kein Aluminium. Oder gibt's da hinten? Aluminium. Puh. Quierig. Aluminium. Okay. Tornhammer. Tal. Hm. Hm. Wasser. Jede Menge Elektronik. Aber... Ich seh schwarz für... Aluminium. Na gut. Luft schnappen. Ja, warum ist auch nix. Ehrenlosig. Da geht's aber noch weiter, ne? Also müssen wir... Titan. Titan brauchen wir nicht. Okay. Gleich gibt's ja hier Aluminium. Und siehe da... Das ist Aluminium. Ich halt's ja nicht aus. Perfekt. Perfekt. Ja. Oh, dann fühlt mir jetzt eigentlich nur noch Titan, ne? Kommen wir im Moped. Titan. Wasch das? Kein Titan. Oh. Bisschen... Bisschen Titan muss doch hier noch... Au! Muss doch hier noch rumliegen. Das ist kein Titan. So, das ist zwei Aluminium, zwei Titan. Komm. So ein bisschen Titan noch. Ja, mal Titan. Äh. Ja. Da. Schwarzes Titan auf schwarz im Hintergrund. Sehr schwierig. Moppy. Komm. Komm. Dann wieder Luft schnappen. Hoffentlich war ich auch richtig, ne? Mit zwei Titanen und zwei... Na gut. Zwei Aluminium. Aluminium hätten wir ja mehr. Nur Titan gibt's hier. Bisschen wenig. Für meinen Geschmack. So. Dann kommen wir da raus. So. Mal runter, ne? So. Vier. Blöcke. Eine Luftschleuse und... Was war das jetzt? Hallo? Die Macht des Einhorns. Okay. Ah, jetzt ist fertig. Okay. Juhu. Juhu, wir sind drinne. Gibt's hier Luft? Wär nicht übel. Hier gibt's Luft. Okay. Wenn wir try fixing it, then we have a chance. Okay. Das war doch mal ein schöner Fortschritt, oder? Jetzt gucken wir uns hier mal um. Äh. Umgucken, sag ich. Wet floor. Ja, genau. Mh. Hier. Einfach. Nix, oder? Auch nicht aufmachen. Machen. Oh. Äh. Auch nix machen. Ja. Laufen zu können, wär nicht übel. Ah, so zum Beispiel. Äh. Nehmen. Da gibt's nix zum untersuchen. Was? A detailed plan of the service module. If you find the missing information, you can create such a module yourself. Who knows for what purpose? Komm. Auch mehr drin bestimmt nochmal. Wo ich ja gar keine Materialien dabei hab. Naja. Mach die Heckenschere hier hin. So. Scannen. Mittleres Service-Modul. Okay. Nix. Nichts rum. Oh. Das scheint mir hier die Brücke zu sein. Was ist das denn? Versuchen. Musikbuch. Hade ich das nicht schon mal gefunden. In der alten Station. Natürlich. Sonst noch was? Nö. Darum. Plastik. Ja. Was man hat, das hat man. So. Hier ist ein Radio. Kann Radio herstellen. Warum auch immer. Kuchen. Wieder ein Bier. Das hab ich untersucht. Das ist prima. Ja. Wenn man den Kopf gegen das Pult schlägt, könnte das Pult kaputt gehen. Hier schon wieder Zigaretten. Braucht auch keiner. Außer vielleicht später. Und ich weiß es nicht. Und dann hab ich die Arschkarte gezogen. Entschuldigung. So. Also viel gibt's hier. Was ist das hier? Repariere die Antenne. Schon wieder. Warum machen die immer die Antennen kaputt? Oh. Gleiche brauche ich keinen. Da war's hinter. Nö. Was brauch ich hier? Technik-Karte benutzen. Äh. Trinken. Und. Essen. Ja gut. Technik-Karte. Das heißt. Weiter untersuchen. Da waren wir noch nicht. Wie geht's denn hier aus? Da ist wohl was kaputt gegangen. Geh ich mal von aus. Was hier? Nutzen. Okay. Automat ist leer. Neuer. Wasser. Genau. Essen. Boah. Perfekt. Meer essen. Inventar ist voll. So dachte ich mir das. Äh. Was funkt hier? Fungi. Da funkt was. Anu. Ja. Gibt's wohl nix zu tun. Ja Junge. Das tut mir jetzt leid. So. Dann ging's ja noch. Hier lang. Was ist das? Freimachen. Du brauchst einen Greifer. 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 Ich war korrekt. Die brains cloggen die Ventilation. Jetzt muss das Sicherheitssystem shut down. Das wird dir die Tür manuell von innen geben. Oh. Dann krieg ich ja Zeugs. Super. Ne. Ich hab kein Zeugs gekriegt. Das liegt jetzt hier auf dem Boden. Äh. Moment. Das kann ich denn entbehren. Äh. Plastik, ne? Das so rausschmeißen. Oh. Ich kann's hier so fallen lassen. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall. Dersuchen. Was denn? Ein Gehirn? Ein Gehirn? Nein. Nicht aufnehmen. Nein. Auf keinen Fall. Äh. Fallen lassen. Fallen lassen. Was ist? Plastik. 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 Das ist teuer. Das brauchen wir. Plastik, 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 Plastik. Hier rausgefallen. Äh. Kabel. Wo ich das jetzt... Äh. Noch nicht. So. Das... Ah. Jetzt bin ich oben drin. Ich brauch ne Karte. Antenne reparieren. Hm. Ich brauch ne Karte. Richtig? Hat doch was repariert. Geht's jetzt? Öffnen. Technik-Karte. Also. Antenne reparieren. Wo ist das? Äh. Antenne reparieren. Da? Ja. Wir werden es sehen. Ob hat das jetzt natürlich da unten. Tenne reparieren. Tenne reparieren. Okay. Antenne. Äh. Antenne. Ne. 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 Was ist das denn? Schmäh da. Ja, super. Das ist irgendwo über mir. Echt Schmäh da über mir. Ich sehe hier keine Antenne. Tausend Meter, tausend Meter, tausend Meter. Nicht gut. Gar nicht gut. Tänne reparieren. Tausend Meter. Hier ist das Ding, ne? Aber... 90 Meter, da muss ich hin. Aber ich sehe hier keine Antenne. Tausend Meter. Tausend Meter. 15, 100 Meter. Erstmal Luft schnappen. Schade. Ja, ja. Alles klar. Essen liegt hier rum. Trinken liegt hier rum. Ja. Trinken können wir mitnehmen. Tafel. Genau. Das auch nicht machen. War ich dann nicht voll? So. Ja. Ja. Ähm. Lenkräder scannen. Mal hier. Schönes. Kaputter Mensch. Ja. Was? More evidence of the fire in the modules. Apparently the fire had spread even to the habitation modules. Was? Äh. Das ist hässlich. Hässlich. Nex. So. Gibt's denn hier was Schönes? Hm? Hm. Da habe ich doch her, oder? Ja. Er kam her. Habe ich den schon geöffnet? Hopp. Hier. Hier. Eigen. Jupp. Okay. Hat's jetzt nicht gebracht. Ja, hier gibt's nix. Gar nix. Außer keine Luft. Gibt's hier nix. Ich muss mir das mal angucken. Am wegen Antenne. Aus dem sicheren Versteck gucke ich mir das jetzt noch mal. So. Äh. Aufträge. Wo ist das? Aufträge. Hier. Aufgaben. Antenne richten. Okay. Nachrichten. Äh. Die Antenne muss repariert werden. Okay. Ja, aber. Warum werden hier neue Nachrichten? Wo? Und hochgehen? Nee, das ist Babe. Will Babe nicht. Oh, Hauptsache es ist weg. Hm. Ja. Ja. Okay. Was lesen. Äh. Was ist denn eine Entladezelle? Sprengstoff. Ähm. Konnte ich das bauen? Offa. Okay. Fahrzeuge kann ich keine bauen. Ja, schönes. Zepte. Angesetzte. Kann ich alles bauen? Das kann ich auch bauen. Zwei Baukaste Elektronik. Was ist denn gut? Wow. Ach der Gott. Was? Pflanzengefäß. Ja. Radio. Piano. Gut. Slapshots. Gegenstände. Klar. Das ist ein Kichdruck. Alles mal anklicken, damit die Sternchen da wegkommen. Lustiges. Durch. Und hier. Kraften. Hab ich was gekriegt? Ah ja. Mach das Einhorn. Traum hier. Ich bin ein Ingenieur. Mhm. Mhm. Ingenieur. Trinken. Essen. Äh. Plus 25. Fast. So. Hm. Aber wie ich gerade sehe, ist schon die Folge wieder vorbei. Es war jetzt nicht so erfolgreich. Gut. Wir haben jetzt ein neues Raumschiff erkundet. Aber wo die Antenne ist, weiß kein Mensch. Vielleicht finde ich ja das hier so irgendwie. Raumanzugsmarkierung. Raumschifftrümmer. Aha. Trümmer. Raumschifftrümmer. Montierte. Raumschifftrümmer. Wo die Antenne ist. Wo die Antenne ist, weiß ich nicht. Ja. Kümmern wir uns das nächste Mal drüber. Äh. Schnell speichern. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.